Hi Leute, was geht? Mein Name ist Joel, der Black Friday steht vor der Tür und ich begrüße euch alle herzlich zu einem neuen Video. Für alle Leute, die heute hier neu auf meinem Kanal sind, hier dreht es sich normalerweise um Fashion und um Hair-Content. Doch letztes Jahr, genau um diese Zeit, habe ich auch eine Shop-Liste zum Cyber Monday und zum Black Friday Event online gestellt, mit Online-Shops, die extrem rabattierte Produkte online stellen, speziell in den Wochen vom 22. bis zum 29.11. Wenn das Video bei euch so gut ankam, dachte ich mir, ich wiederhole das Ganze nochmal und mache das gleiche nochmal für dieses Jahr für den Cyber Monday und für den Black Friday, um so möglichst vielen Leuten bei der schwierigen Frage, was könnte ich meinen Liebsten schenken oder wo gibt es die meisten Rabatte zu helfen. Alle erwähnten Online-Shops findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich werde das Ganze täglich aktualisieren, weil das eigentlich auch so der Regelfall ist, dass die Angebote sich täglich ändern und wenn ich dann was ändere, dann werde ich das über das Datum und über die Uhrzeit vermerken. Also in der Videobeschreibung findet ihr das Datum und die Uhrzeit von der letzten Aktualisierung, sodass ihr zwei, dreimal am Tag vorbeischauen könnt und gucken könnt, ob sich dort was geändert hat. Mit dabei sind auf jeden Fall Converse, Bräuninger, Boohoo Man, Devshop, Sidesteps, Snipes, Sportcheck, Otto, Amazon, Uniqlo, Coase, All Saints, Hugo Boss, Gymchark, Levi's, H&M, Weekday und viele mehr. Die Liste findet ihr wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Ich werde das Ganze täglich aktualisieren. Ich werde die News lesen, um euch quasi die besten Rabatte rauszusuchen, damit ihr am meisten sparen könnt. Man sagt ja auch so oft, eine Hand wäscht die andere, deswegen bitte ich euch, wenn ihr das Ganze durchlest und ihr trotzdem noch eine Rabattaktion vermisst, dass ihr das Ganze unten in den Kommentaren vermerkt, dann werde ich das Ganze halt auf meine Liste aufnehmen, wenn da noch Platz ist. So helft ihr nicht nur mir, sondern auch alle anderen, die das Video gucken, um so halt eine möglichst ultimative Black Friday Liste zu erstellen. Falls euch das Video einen Mehrwert gebracht hat oder bringen wird, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Und falls du heute hier neu auf meinem Channel bist, dann abonnier doch gerne meinen Channel, damit du kein Content mehr von mir verpasst. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche hier wieder auf meinem Channel und bis dahin, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.